Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft wie baut man was und in den Kommentaren wurde oft gefragt wie man eine Türklingel baut, deswegen möchte ich das heute mit euch machen und zwar diese Türklingel. Ich würde sagen wir legen sofort los. So, fangen wir direkt an. Wir brauchen Notenblöcke, Redstone Verstärker, Redstone und einen Knöpf für unsere Klingel. Der Rest ist zur Verzierde der Tür da, aber wir beginnen als erstes mit einem 2x3 Loch, was 2 Blöcke tief ist. Dann nehmen wir die Notenblöcke, setzen die an die Seite und in der Mitte haben wir einen frei, weil wir als erstes einen Redstone Verstärker rüber brauchen und weil hier auch die Tür drüber kommt. Wenn man eine Doppeltür möchte, muss man das Ganze halt einbreiter machen und muss 2 Wege in der Mitte freilassen. Ich erkläre gleich warum. Jetzt haben wir unsere Klingel eigentlich soweit schon fertig. So, weil das ist der erste Ton, das ist der zweite Ton. Jetzt den Knopf drücken. Hm, kommt alles gleichzeitig, ein bisschen blöd. Also setzen wir den Repeater auf 3. Kommt schon versetzt die Töne, jetzt müssen wir die nur einstellen. Der erste Ton bei einer Klingel ist meistens höher als der zweite. Also so ein Dimm-Dimm. Und deswegen müssen wir die erste Reihe höher einstellen als die zweite Reihe. Und ich empfehle immer zwei Einheiten freizulassen. Also wir können hier zum Beispiel 3 machen und hier haben wir 1. Klingt schon wie eine Klingel. Reicht eigentlich. Man kann natürlich das auch höher machen. Es gibt Leute, die machen 15, 10. Es gibt Leute, die machen 17, 12. Es gibt Leute, die machen 12, 10. Also da müsst ihr selber gucken, wie ihr das wollt. Ich lasse es jetzt so. Klingt eigentlich ganz okay. Jetzt müssen wir natürlich noch die Tür drüber bauen. Da müssen wir nämlich ein paar Sachen beachten. Hier bauen wir die Tür hin. Und hier müssen wir einen Platz freilassen. Über die Notenblöcke muss ein Platz freigelassen werden. Ansonsten funktionieren die nicht mehr. Hier in der Mitte können wir jetzt so machen, wo der Repeater ist und der eine Block platzt zwischen den Notenblöcken. Dann kommt hier die Tür hin. Die Tür muss eins versetzt sein zum Knopf, also zum Klingelknopf. Ansonsten tut der Knopf ja auch die Tür aktivieren. Wenn wir die Tür jetzt hier hin bauen, dann würden wir klingeln und die Tür öffnen. Das wollen wir nicht. So. Jetzt haben wir den ganz, ganz groben Umriss unserer Tür fertig. Müssen aber noch den Knopf nach unten verbinden. Das ist auch gar nicht so schwer. Wir haben den Knopf hier, machen da einen Block hin. Und dann gehen wir einfach wie eine Wendeltreppe hier runter. So. So, 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 so. Aber man muss darauf achten, dass man an den kommt, wo auch der Repeater auf der anderen Seite ist. Hier hinter, da ist der Repeater. Wenn ich jetzt den anderen Block genommen hätte, dann würde der Strom ja nicht weiter gehen. Von daher immer den nehmen, wo der Repeater dran ist. Und jetzt sollte es eigentlich schon klappen. Funktioniert. Sehr cool. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch schön machen und verstecken. Das ist ja auch nicht so schwer. Da gibt es ja hunderttausend Möglichkeiten, wie man das machen kann. Hier können wir jetzt einfach so weiterbauen. Hier machen wir so ein kleines Loch. Da ist ja jetzt die Holzsäule vor. Hier können wir uns was überlegen. Ich kann ja jetzt sagen, wir machen die Wand einfach drei dick. Das wäre natürlich extrem dick für so eine kleine Tür. Aber man kann auch andere Sachen da vorbauen, wie man das Ganze halt möchte. Ich würde wahrscheinlich Bücherregale vorsetzen. Aber das muss jedem selber gefallen. Und dann haben wir eigentlich soweit alles schon fertig für die Klingel. Können wir hin. Es wird geklingelt. Man sieht weder hier was, noch hier irgendwas. Und damit sind wir fertig mit der Klingel. Und wenn man das Ganze für eine Doppeltür machen möchte, muss man unten einfach einen Platz mehr lassen. Und halt einen zweiten Repeater hinsetzen und trotzdem nur einen auf drei machen. Ich hoffe, euch hat das kleine Video zum Thema Türklingeln gefallen. Wenn ja, könnt ihr das Video gerne liken oder es in die Kommentare schreiben. Und wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zusehen und Dabeisein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Minecraft wie baut man was? Tschö mit Ö.